So, und damit herzlich willkommen zum Minecraft Let's Play. Let's play it. Einer spielt, zwei labern Müll. Ist doch schön, oder? Ja, daran sind wir Spezialisten. Ja, im Scheißelaber, ne? Im Spiel nicht so. Was man ja bei Super Probotector gesehen hat. Ja. Da haben wir die Aufnahme erstmal verknackt. Gut, damit wir nicht allzu lange rumschweifeln, schwaffeln, schweifeln, bla. Fangen wir mal an. Wie nennen wir sie denn? Bob. Bob? Okay, Bob. Die Welt Bob. Die Welt Bob. Ja. Warum auch immer. Bob ist eine schöne Welt. Ja, du bobst mir auch ein, du. Wir werden nun in Bob leben. Nimm die nicht für voll, er muss immer gänzlich übertreiben. Daran bin ich ein Profi. Halt die Felsen. So, jetzt wackelt das und ruckelt das. Ruckelt und zuckelt mal eben. Weil der Laptop ist ja nicht der allerbeste. Wir warten mal. So. Gott, ist der Sound bei mir am Abfangen. So. Ich muss gerade weinen. Ich auch, weil das so schlecht aussieht. Guck mal, wie der alles da hinten noch nachlädt. Bob ist so schön. So schön voller Schnee, ne? Ja. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Und Berge. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil du ihn Bob genannt hast. Glaubst du, Bob ist nun böse auf mich? Ja. Und ich böse auf dich. Also es ist Bob und ich böse auf dich. Egal. So, dann fangen wir erstmal an, schön abzuholzen. Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder umgewöhnen. Weil auch für Xbox sind die Rezepte ja alle schon, also, drin. Man muss ja nichts mehr machen. Was ein Scheiß. So. Gott, hier ist wirklich alles voller Schnee. Aber komisch, ne? Am Anfang spackt das voll rum und jetzt geht das eigentlich. Ich glaube, bei den nächsten Aufnahmen würde ich einfach den Hauptmenü-Screen gar nicht erst zeigen. Und erst dann aufnehmen, wenn das Ding aufgehört hat, zu ruckeln. Ja, das würde Bob auch gut tun. Ja, vor allem meinen Nerven. Ey, jetzt hör doch endlich auf mit deinem Bob, ey. Okay, ich hör auf, den Planeten beim Namen zu nennen. Ja. Vegeta. So, dann fangen wir mal an. So. Machen wir uns erst noch eine schöne Kiste. Also, Crafting Table. Ja. Ja, komm, soll ich den mal eben hier aufstellen? Ja gut, warte, ich hol's nur eben was ab. Ah, wird das schon dunkel, oder was ist denn Musik? Mit der Musik. Ich glaube, wir machen das demnächst auch mal wie Gronkh, ey. Wir suchen uns einfach irgendwelche Mucke raus. Und spielen die. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Weil daran sind wir Profis. Wir sind Profis im Scheißlauern und klauen. Also nicht, dass wir jetzt klauen würden, also. Also nicht vergessen, den Ratschlag von Mighty Mike am Anfang. Hey, ich heiße nur Mike. Achso. Nimmt mich nicht für voll. Du sollst doch nicht immer meine Geheimnamen verraten. Wie soll ich jetzt... Ich bin gerade über Wasser gelaufen. Ne, das ist Eis. Meine Güte, es gibt sogar Eis. Ja. Minecraft. Icecraft, Entschuldigung. Wieso verrätst du mal meine Namen? Wie soll ich jetzt bitte Banken ausrauben und so? Und zaubern, wenn du meine Künstler normalen verrätst? War das gar nicht schwarze Wolle oder schwarze Pullover? Sag mal, wo soll ich denn jetzt anfangen, hier was hinzubauen? Da sind drei schöne Berge, vielleicht was zu bergen. Meinst du... Liegt das jetzt daran, weil die noch nicht geladen sind, oder ist das so? Nein, da spielt gerade Gott Tetris. Der spielt sowieso immer Tetris. Meinst du, warum wir Minecraft erfunden haben? Damit der Gott nicht immer uns zugucken muss. Sonst langweilt er sich irgendwann. Ne, der ist noch nicht fertig. Der ist noch gerade am Gewinn. Sieh's doch. Puh, das wird jetzt ein Aufstieg hier. Ein Stufen- oder ein Level-Aufstieg? Eher ein Stufenstieg. Stufen-Stufen-Stufen-Stufen-Stufen-Stieg. So. Ach! Ein Stufen-Aufstieg. Mein Gott. Stell ich mich blöd an. Gott, wird das eine Freude hier. Ich werd... Ich hör schon die Kommentare. Oh Gott, was machst du? Man kann's auch besser spielen. Ach du meine Güte. Bist du dir da sicher, dass das so intelligent war, dass ich hier raufhüpfen soll? Alter! Hüpfte auf den Block, du Opfer. Mann. Also die Berge sehen ja... Über den Wolken... Kann die Freude grenzenlos sein. Boah, dieses Handy, ne? Ich kann da nicht drauf gucken, wenn ihr jedes Mal den Bildschirm dunkel macht, so. Ey Christian, ich bin irgendwann oben. Frag mich bitte nur nicht wann. Sind wir schon da? So, und auf dieser kleinen Fläche soll ich jetzt bauen? Ja. Willst du mich verarschen? Nein. Nein, nein! Mit so einem Scheißgrinsen im Gesicht. Nein, ich doch nicht. Guck mal, oh, guck mal, oh. Oh. Da hängt der Schnee auf. Soll ich mal so lange auf Peaceful stellen? Ja, ach, ist ja schon. Damit wir schon mal ein bisschen rumlaufen und erkunden können und dann gucken, wo wir was hinbauen. Also, ich mag meine Berge. Herrlich. Also, du bist echt bekloppt. Ich hätte mir übrigens schon längst was bauen können. Aber nein, du wolltest ja unbedingt immer auf Berge. Ja. Können wir nicht einfach Niederlande sein? Da muss ich nicht immer so hoch klettern. Für die Niederlande geht's nur bergab und bergab und bergab. Leute, der ist immer so. Das ist nicht, weil er aufgerichtet ist, weil wir zum ersten Mal Let's Play machen. Au, ich hab mir was gebrochen. Hat jemand vielleicht einen Verband? Ich bin zufällig Solid Snake und hab mir was gebrochen. Okay, das glaubt mir sowieso keiner. Und was ist da? Das Schattenland? Oder ist es einfach nur... Das ist Mordor. Das ist Bob Mordor. Hallo, Bob. Hallo, Mordor, musst du sagen. Gott, Laptop überanstrengt dich mal nicht hier. Oh, ratata, 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 ratata. Gott, wir müssen um... Ich muss unbedingt aufhören, solche Spiele auf dem Laptop zu spielen. Der kriegt grad voll den Ruckelanfall. Ja, der hat genügend Pilze geschoben. Du bist ein Idiot, ey. Oh, da waren grad so viele Pilze. Auf Bob. Da musst du dann raus. Ich stell mal ein paar Sachen auf schneller hier. Ah, ne, Texturpack brauch ich nicht. Wollte ich nicht ändern. Och, jetzt braucht ihr wieder... Halleluja. Also, ich glaub, die ersten 15 Minuten werden schon mal die dürfsten. So, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla. Ja, komm. Ich glaub, das kann man so lassen. So, jetzt ist aber, ne, Laptop. Jetzt hör mal auf mit der Kacke hier. Ne. Sollen wir direkt was am See bauen, oder? Was soll ein See sein? Och. Ja, also, es sieht aus wie Wasser. Und was schwimmt da drin? Quallen? Oktopusse? Tinten? Ne, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein, äh, Wasserloge. Ne, wie heißt das? Wollte auch auf der Insel dann, äh, sein. Oder hier? Ja. Im Schnee? Nein. Was, nein? Auf der kleinen Insel. Mah. Äh. Ja, ich glaub, wir sollten echt mal anfangen, ne? Ich mein, wir haben jetzt schon bald neun Minuten nur Blödsinn gelabert. Und Bob erkundet. Äh. Oh, ja, komm. Ähm. Ja, komm, wir bauen mal hier langsam was hin. Ach, wir stellen unser Ding einfach auf den Schnee, ist doch egal. Ähm. Ähm, ja. Und nun seht ihr und staunt. Oh, jetzt hab ich Wundenplans. Oh. Die Handwerkskunst von Mike, der nicht mehr. So. Ähm, ja. Kann man das Wunden? Banken ausräumen kann, weil ich seinen Geheimnamen verraten hab. Ja, echt. Jetzt kann ich nichts mehr klauen hier, ey. Spasti. So. Ähm. Ich hoffe, das war richtig. Ja, das war richtig. Hey, wir haben ne Wundenpix-App und ne Achievement. Ich geh kaputt. Ist das toll. Ähm. Ja, komm, ich brauch mir, glaub ich, noch zwei oder so. Oder drei, ist mir egal. Ups. Da müssen... Nein! Jetzt mach doch nicht vier da hin. Mann. Ey. Boah, ey. Hahaha. Brauchen wir sonst noch was? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also heißt, wir brauchen noch was. Ähm. Ja. Du bist der Spezialist im Minecraft. Ja, ja, pff. Ich hab's vielleicht mehr gespielt als du. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Spezialist. Ach ja, genau. Ähm. Blö, 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 blö. Nicht so schnell drehen. Ich sollte vielleicht auch was, äh, bauen, was wichtig ist. Alter, ne? So. Äh, wie ging das denn jetzt? Ist das jetzt die Axt hier, oder was? Ja. Wooden Axe, okay. Die brauche ich nämlich jetzt. So, boah, ey. Aber für die nächsten Aufnahmen gucken wir echt nach Musik oder so. Das wird ja... Naja, Bob verlangt auch schon, äh, Alter, nicht mehr nur unsere, äh, komischen Geräusche zu hören, die wir aus unserem Mund machen. Ja, wir müssen vor allem wegen den, äh, Leuten gucken, ne? Also. Aber wir dürfen uns am Anfang eines, äh, der, ähm... Ja, der Let's Plays dürfen uns noch Fehler erlauben. Wir sind hier, wir haben ja nicht viel Ahnung. Wir machen sowas hier zum ersten Mal. Der Laptop geht mir voll auf den Sack. So. Oh nein, es wird dunkel. Oh mein Gott. Was soll das? Wunden, mein Gott, diese Wunden Planks, ne? Oh nein, blutrot. Kommt Jesus schon zurück, oder was? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, ist das schön. Oh, guck mal. Oh. Direkt hier so ein, so ein Sonnenuntergang im ersten LP. Oh. Ist das nicht, ist das nicht, also. Hör mal auf, ey, du hörst dich an, als wenn du wieder... Oh. Sieht Bob nicht schön aus. Eklig bist du, eklig bist du. Ja, komm, wir bauen mir ja einfach hier so eine kackkleine Hütte eben. Äh. Ich habe nur einmal gedrückt. Zweifel. Ich bin der Preis von einer. Ich glaube, ich habe gerade auch das falsche Teil benutzt. Egal. Komm, weiter am Text. Ja, komm, so groß machen wir dich nicht. Wir brauchen dich ja nicht unbedingt. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber muss halt mit leben. Ne, ne, das ist mir zu klein. Alter. Siehst du, ich drücke einmal und dadurch, dass der Laptop schon bald überarbeitet ist, der Schweinekopf, setze einfach zwei. So. Ich habe schon wieder die falsche Achse benutzt. Äh. Ach, egal. Ich bin ja auch voll der Überpro hier in Minecraft. Ich habe das Spiel ja quasi erfunden. So, quasi, gerade aus Langeweile. Hatte ich mir gedacht. Ja. Ne, bevor ich komplett in Hartz IV aus Langeweile abdrifte. Mache ich nochmal ein Spiel. Weil, ich bin ja so cool. Guckst du mal hier, hast du mal da, hast du eine Tür. Boah. Ja, Mann, ich bin voll der Pro, sag ich doch. Boah. Jetzt verdirrt mir nicht dein Let's Play noch mit deinem blöden Spruch hier. Ja. Tada. Und sie funktioniert. Ohne jegliche Halterung und Sinn. Ja. Ähm. Genau. Hau noch ein paar Wundenplinks hier hin. Ja, ich glaube, einen höher müsste er auf jeden Fall noch. Ja. Und ich glaube, damit ist das erste Let's Play schon halb verkackt. Äh, vorbei. Ich meine, ich habe es aber mit meinem verkackt, ne. Schon schon das zweite Let's Play, in dem ich immer nur verkackt sage. Ich weiß nicht, ob ich einen Fetisch irgendwie für, für... Ob das an der guten Grafik vorliegt. Bau, bau, bau. Bau, bau. Ja, ähm, ich schätze mal, das dauert hier noch. Und, äh, die Hütte, das kleine Hütchen, wird dann in der zweiten Folge fertig. So, oh. Verdammt. Ich habe natürlich so schlau gebaut, dass ich jetzt auch gar nicht da hochkomme. Ja. Ja. Christian, was sagen wir dann? Ciao. Christian, was sagen wir mal, was sagen wir mal, was sagen wir mal, was sagen wir mal. Alles klar, wie jetzt mal, was sagen wir mal. Vielen Dank.